Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video von mir, in dem ich euch etwas über Commander Keen allgemein zeigen möchte. Denn ich war auch selber in der Situation vor, wann war das, vor vier Jahren, als ich mit den Let's Playen angefangen habe, dass ich wusste, dass ich Commander Keen zum Beispiel spielen möchte, aber nicht wusste, wie ich damit anfangen soll. Denn erstens, Commander Keen ist ein altes Spiel. Wie bringt man das Ganze zum Laufen? Also von A bis Z hatte ich absolut keine Ahnung. Und ich musste mir das durch Tutorials und auch durch die Hilfe von Ophi Can damals alles selber ein bisschen aneignen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eben dieses Video zu erstellen, in dem ich ganz kurz auf ein paar Dinge eingehen möchte. Und zwar, hier finden wir eine ziemlich interessante Website, shikadi.net, auf der ich sehr, sehr gerne meine Zeit hin und wieder verbringe, wenn es mal etwas Neues aus der Keen-Welt gibt. Das ist so gesehen eine Seite, wo man alle Mods oder Levelpacks oder was es auch gibt zu Commander Keen downloaden kann. Und man kann sich natürlich auch viele Informationen zu den ganzen Themen holen. Hier unten sehen wir zum Beispiel Tutorials. Es gibt hier Hilfen, wie man selber zum Modder wird und wie man das Ganze anstellt. Und natürlich auch irgendwelche Tools. Wobei dieser Bereich für mich persönlich noch etwas, ja, ich würde sagen, unberührt ist. Denn so weit bin ich noch nicht. Mich persönlich zum Beispiel interessieren die Mods hier von Commander Keen. Und wenn wir hier mal zum Beispiel auf Commander Keen 1 klicken, das ist ja so gesehen das offizielle Spiel, ist es auch sehr interessant, dass man auch hier gleich auch den Link zum Download finden kann. Nicht vergessen, wenn man das Ganze spielen möchte, braucht man einen Emulator, einen DOSBox-Emulator. DOSBox-Emulator eventuell nicht, aber DOSBox nennt sich der Emulator. X-Rack lernt ein bisschen Deutsch wieder mal zu sprechen. So sieht dieser aus. Und wie man ein Commander Keen Spiel in diesem Emulator zum Laufen bringt, das habe ich schon einmal in einem Video erklärt. Und den Link zu diesem Tutorial findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Eigentlich ziemlich einfach, doch wenn man Probleme damit hat, muss man sich nur eine Sache merken, dass man es nur einmal verstehen muss. Danach funktioniert alles. Aber so kompliziert ist das Ganze auch nicht. Ich weiß, dass Commander Keen nicht unbedingt sehr beliebt ist, aber falls jemand trotzdem die Lust dazu haben sollte, der ist mit dieser Seite ziemlich gut versorgt. So, was gibt es hier denn noch? Es gibt natürlich auch die Goodbye Galaxy Trilogie, die offizielle. Und es gibt natürlich auch die Mods, die finden wir hier oder auch hier in der Liste. Mich persönlich interessieren nur die Galaxy Mods. Und wenn wir da mal hinklicken, dann sehen wir hier zum Beispiel eine riesige Auswahl von verschiedenen Dingen. Und zwar, hier oben haben wir zum Beispiel Full Mods. Das bedeutet, das sind komplette Spiele. Also von A bis Z, die haben eine eigene Geschichte oder kompletieren die Goodbye Galaxy Trilogie in irgendeinem Zusammenhang. Oder wir finden hier zum Beispiel The Universe is Toast. Das ist auch eine Trilogie. Und zum Beispiel ist das eben Commander Keen Teil 7, 8 und 9. 9 wird ja aktuell noch auf meinem Kanal als Let's Play, wir beten nicht, aber wir spielen als Let's Play Projekt vorgestellt. Es gibt also noch sehr viel für mich persönlich hier zu tun. Und hier unten unter vielen anderen Dingen finden wir zum Beispiel auch sowas wie Level Packs. Level Packs sind Mods, die auch komplette Spiele darstellen, aber in denen wenig vom Design verändert wurde, sondern einfach nur die ganzen Levels der Originalspiele ziemlich umstrukturiert wurden. Aber es gibt ja viele verschiedene Dinge. Es gibt ja auch Unfinished und Abandoned Level Packs, bedeutet Projekte, die aufgegeben wurden irgendwann einmal. Und es gibt natürlich auch noch Skin Mods, aber ich habe ja nicht zu viel Erfahrung damit. Aber wie man sie sehen kann, gibt es hier vor allem noch auf eine kostenlose Art und Weise einen Weg, ein paar schöne Spiele zu spielen, die leider mit der Zeit so ein bisschen in den letzten 20 Jahren in die Vergessenheit geraten sind. Aber es gibt natürlich Gott sei Dank noch ein paar Leute, die sich die Mühe machen und dieses Projekt etwas am Leben halten. Was ich noch zeigen wollte, ist, dass vor zwei Tagen der Modder Gridlock einen kleinen Trailer hier hochgeladen hat von einem kleinen Mini-Sequel zu dem Spiel Anthroxialen Realm. Und dieser Mod, auf den warte ich noch so ein bisschen auf meinem Kanal, bis ich den vorstellen kann, denn ich möchte, wie gesagt, chronologisch so ein bisschen bei mir vorgehen. Aber auch dieser Mod ist hier auf der Shikari.net-Seite hier zum Download eben bereit. Im Zusammenhang mit diesem kleinen Taser, wollte ich schon sagen, mit dem Teaser oder Trailer, wollte ich noch kurz ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses kleine, aber doch so wertvolle Forum hier so ein bisschen lenken. Und zwar finden wir hier das offizielle Commander Keen Forum, wo alle Modder und alle Fans auf der Welt irgendwie in Verbindung bleiben können und sich gegenseitig mit Ideen und Meinungen austauschen können. Hier ist zum Beispiel der Alpha-Matic. Wir sind hier nämlich, ich zeige euch das mal eventuell von Anfang an. So sieht das Keen Forum von Anfang an aus, wenn meine Seite jetzt hier nicht so lange laden würde. Und zwar mich persönlich interessiert das Modding und die Projekte dazu. Und deswegen war ich auch vorhin hier schon auf den Unofficial Keen Games. Seite ist nicht mehr verfügbar. Toll. Mitten im Tutorial funktioniert einfach einmal die Seite nicht. Finde ich wirklich sehr, sehr professionell. Dann machen wir es doch mal so. So. Und hier wären wir zum Beispiel bei diesem Alpha-Matic, was dort auch später aufgelistet wurde. Und man kann hier so auf diese Art und Weise mit den Moddern in Kontakt treten. Wie ihr sehen könnt, hier oben gibt es hier auch Votings, wie der nächste Commander Keen Mod eben aussehen könnte, sollte, müsste, mit welchem Charakter man spielen kann. Und es gibt hier viele interessante Dinge zu entdecken. Wird jetzt die Seite endlich geladen oder, ja. Wer zum Beispiel komplett auch in das Modden einsteigen möchte und selber Mods kreieren möchte, der wird auch hier auf dieser Seite auch eine Form von Hilfe und verschiedenen Dingen, die man dazu braucht, auch finden. Also ich finde das ziemlich cool, dass so gesehen auf einem Fleck alles über Commander Keen vorhanden ist und man nicht irgendwie 5000 Seiten darüber hat. Gut, das Spiel hat nicht so eine große Reichweite, aber trotzdem finde ich das Ganze cool. Ich bin aufgeregt, weil ein neuer Mod rauskommt. Ich finde es wirklich toll, dass sich Leute an Commander Keen noch nach so vielen Jahren setzen und ihre Zeit und Kraft und Nerven in alles investieren. Denn ihr müsst euch vorstellen, dass die ganze Community hier aus diesem Forum zusammenarbeitet, sprich die einen programmieren in ihrer Freizeit, die anderen testen alles in ihrer Freizeit, versuchen irgendwelche Bugs und Glitches zu finden, alle Dinge, die noch irgendwie korrigiert werden müssen. Alle arbeiten zusammen und irgendwann einmal kommt ein fertiger Mod zustande. So funktioniert das Ganze hier ohne irgendwelche finanziellen Aspekte, soviel ich gesehen habe, obwohl ich persönlich auch selber für irgendwelche Mods auch Geld bezahlen würde, weil das für mich komplette Spiele sind und für meine Verhältnisse, dass ich so gehören würde, würde, hätte, sollte, müsste, deutsch. Gut, damit habe ich ein paar Schwierigkeiten, das wissen wir ja auch aus meinen Let's Plays, aber das wollte ich euch hier in diesem kurzen, naja mittlerweile neun Minuten Video eben zeigen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Bis dann! Zusehen und wir sehen uns in einem nächsten Video von mir.